Need for Speed, Alter, hab ich Bock ein Auto zu fahren, Digga, by the way, wie heißt dieser Film nochmal, über Autos? Nein, nicht Cars, Digga, nein, Fast and Furious, ich hab die Möglichkeit, zum roten Teppich zu gehen, bei Fast and Furious, und da so die Schauspieler zu sehen, und ich mach's nicht. Wie findet ihr das? Dumm, ich weiß, aber mich juckt dieser Film halt überhaupt nicht. Boah, Digga, das Spielt! Nee, das, bei mir ist das Problem, ich schau gar keine Filme, null. Digga, den letzten Film, den ich geschaut hab, war Uncharted, mit meiner damaligen Freundin, weil, weil, weil die Kino gehen wollte. Aber Uncharted war cool, fand ich cool.